Die Winkels Getränkelogistik GmbH aus Karlsruhe ist mit ihren rund 550 Mitarbeitern das führende Unternehmen der Getränkelogistikbranche im südwestdeutschen Raum. Die reichhaltige Palette an Eigenprodukten ist ein wichtiger Bestandteil des attraktiven Vollsortiments mit ca. 2000 verfügbaren Artikeln. Im neu errichteten Logistikzentrum Sachsenheim-Eichwald vertraut man dabei auf die Lagerverwaltungs- und Kommissionierungslösungen von ProLogistik. Wir haben das Lager Eichwald im November 2005 in den Produktivbetrieb übernommen und im April 2006 haben wir das Lagerverwaltungssystem von ProLogistik PLStore produktiv geschaltet. Seitdem arbeiten bis zu 45 Mitarbeiter mit den Voice-Geräten und im Dialog mit diesem System. Die Lagerverwaltungssoftware PLStore steuert und überwacht die gesamte logistische Prozesskette. Unterstützt werden die Bereiche Wareneingangsbearbeitung, Retourenverwaltung, Einlagerung sowie Kommissionierung. Im Bereich Warenannahme werden alle eingehenden Lieferungen bereits während des Entladens identifiziert, geprüft und an das System übergeben. Anschließend werden die Waren nach individuellen Strategien eingelagert. Die effiziente Staplersteuerung senkt hierbei Kosten und erhöht die Produktivität des Lagers. Die Lagerverwaltungssoftware Die Lagerverwaltungssoftware Als optimale Ergänzung zum beleglosen PLStore-System kommt bei Winkels die sprachgestützte Kommissionierung PL Voice zum Einsatz. PL Voice zeichnet sich insbesondere durch seine vollständige Sprecherunabhängigkeit aus, welche das Erstellen von Sprachprofilen überflüssig macht. Die Mitarbeiter werden mit mobilen Voice-Clients ausgestattet, die es ihnen ermöglichen, über Wireless LAN mit dem Lagerverwaltungssystem zu kommunizieren. Der jeweilige Kommissionierer erhält nach dem Anmelden alle Informationen über Standort und Anzahl der Artikel vollautomatisiert durch das sprachgestützte Dialogsystem. Passwort eingeben. 7785 7785 richtig? Ja. Nehmen Sie zwei Paletten auf. Weiter mit fertig. Okay. Bereich 01, Regal 03. Okay. Fach 035, Ebene 01, Prüfziffer eingeben. 97 Palette 01, den entnehmen. Okay. Geht ja, beginnt. Fach 054, Ebene 01, Prüfziffer eingeben. 64 Palette 01, 1 entnehmen. Okay. Fach 045, Ebene 01, Prüfziffer eingeben. 29 Palette 01, Prüfziffer eingeben. 1 entnehmen. Okay. Fach 063, Ebene 01, Prüfziffer eingeben. 1, 3 Palette 01, 1 entnehmen. Okay. Okay. Regal 01, Regal 01, Prüfziffer eingeben. Okay. Fach 01, Rekal 01, Rekal 01, Fach 01, 12 entnehmen. Nach den Zusammenstellen der einzelnen Touren wird die Ware verladen und an die jeweiligen Kunden verschickt. Fehllieferungen sind durch die Transparenz und Effizienz des Systems nahezu ausgeschlossen. Ein stets ausreichender Warenbestand und eine bedarfs- sowie zeitgerechte Auslieferung der Getränke kann gewährleistet werden. Nach sehr kurzer Einarbeitungszeit gingen wir in die heiße Phase für die Getränkewirtschaft allgemein. Auch mit der Unterstützung von Pro Logistik und dem System haben wir den Spitzenabsatz im Juli mit über 5 Millionen Kisten hervorragend bewältigt. Damit hat das System auf jeden Fall seine Feuertaufe bestanden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017